Ich hätte es niemals gedacht... Er hat sich über die Sabotage verraten. Geht einfach auf! Ich sag's euch, es macht mich auch so sauer, mit Reh wie ein Poster zu sein. Was? Was? Was redest du? Kein Hallo, aber Squats schon gerade. Das gibt doch keinen. Ich kann das nicht. Der Druck. Ich kann das nicht. Geht doch nicht! Erstmal was sabotieren, oder? Ey Leute, ich kann nicht einfach eine zu bringen. Ich bin es nicht. Ich kann nicht in der Lage dazu. Sprachen lernen. Kann ich nicht. Schnell, wenden. 100%ig. Wer hat gedrückt? Trimax, was los? Ich hab drei Tasks fertig. Zeit wieder zusammen zu tun. Ich hab gesehen. Ich lass ihn reden. Sorry Reh wie ich will jetzt nicht deine erste Poster zu machen. Nein, nein, nein. Ich war links oben. Ich war links oben bei diesem Aktivier-Ding. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und hab mit Fabo das aktiviert. Dann bin ich runtergelaufen und reingegangen. Security. Ich dachte erst, Fabo wäre irgendwie ein bisschen sus. Bin dann mit ihm reingegangen. Wollte gerade runtergehen. Und jetzt darf ich auch noch meine Seite darstellen. Also, ich stand Security drin, das ist richtig. Was ist passiert? Kevin kommt rein, hat mich in der Ecke nicht gesehen. Fabo umgebracht und ist dann links in die Ecke in den Vent rein. Als Trimax gerade gedrückt hat. Und ich hab die ganze Zeit in diesem Monitor gehangen und geschaut, was passiert ist. Okay, chill. Sorry. Kann irgendjemand für Kevin vouchen? Ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, Kevin stand halberunde. Aber wenden kann man als Crewmail sein Neuesten, Kevin. Safe. Dieses Argument, ich hätte easy killen können. Bro, dieses Argument, ich hätte easy killen können. Das ist jetzt gerade noch außergegen Aussage. Lass einfach sowohl Kevin als auch Revy Hypersass ein. Hypersass die beiden. Fühl ich, fühl ich. Der wird das ganze Game alleine bei mir. Ja, Reeps und Trimax waren mit mir. Jungs, no joke, ich mein's wirklich ernst. Sonst haltet euch von Revy fern. Eine Minute mehr YouTube-Content für dich. Go. Wie er mich auch saßt, das ist so lächerlich. Moin. Erzähl mal, Max. Was? Ja, ich bin mit Romatra gemeinsam am Anfang ins Specimen reingegangen unten. Und ich hab zwei Tasks gehabt, ja nur einen. Er ist schon vorgelaufen. Und dann sind wir bei Dikon oben getrennt worden. Dann steh ich alleine in Dikon drin, die Tür geht auf, Trimax läuft rein und die Leiche liegt vor der Tür. Dikon ist oben bei Laboratory, oder? Genau. Max, was hast du gemacht? Ich fass es nicht, da lag keine Leiche im Labor. Wieso bist du dann zurückgelaufen? Ich bin die ganze Weckerlaue gelaufen. Wurde zu Specimen Room runter. Wenn du zu Specimen willst? Ja. Ich hab ein Labor gemacht und bin dann in Specimen Room gelaufen. Was ist denn? Wo ist dieses Ding? Die Leiche, genau vor uns. Revy versucht gerade so Trimax zu saven. Ich versuch mich nicht zu saven, Digger. Ich will wissen. Ich würd für Max voten. Ich fass es nicht. Max ist für mich relativ safe. Revy ist halt ein easy vote. Ich wusste für Max. Ich musste Glitter und Kristalle, so wie so ein 5-jähriges Kind da so einsetzen. Okay, Max ist für mich Confirmed Crew, mate. Veni... Bevor es aus dem Bruder gerät, können wir einfach schnell Revy raus voten. Aus welchem Grund? Es gibt doch nicht mal Proof dafür, Bro. Der Kill war Veni jetzt ja anscheinend nicht. Aber es ist ein Double Kill, oder? Was für Veni? Es lag nur die Leiche von Romato da und der ist halt vor mir gelaufen. Aber es ist ja noch einer gestorben. Ja. Digger, Kevin, ich weiß nicht, warum du mich so am Kick hast. Du willst eben diesen Scheiß wegreißen. Ich war in der Nähe von Reapers. Reapers ist sehr lange im Übrigen. Ich kann es hundertprozentig nicht gewesen sein. Quote Crew inside. Als einfach so ein random vote, Digger. Ich hasse dieses Game, man. Das ist so lächerlich, Alter. Wie alle jetzt hier mit reingehen, das ist so lächerlich, Digger. Digger, ich werd Kevin jetzt in jedem Scheiß rauch... Das ist so lächerlich, also Digger. Da könnte ich mich nur drüber aufregen, wirklich. Da könnte ich mich nur drüber aufregen, Alter. Da kann ich mich nur über Kevin aufreden. Reapers sperre ich einen. Wo ist dieser Scheiß Papa Platte? Stopp, stopp, stopp. Was ist das denn für eine Taktik? Ich hab zwei Kills gemacht. Ich hab zwei Kills gemacht. Der muss jetzt auch noch zwei machen. Dann sind wir quitt. Er stand neben mir. Er stand neben mir und hat reportet. Ich mein, ich fühl, was Reni sagt. Trimax hat die ganze Zeit Reni... Warte, 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 hast du gehört, was Trimax gesagt hat? Und hat gerade vorher gesagt, er war gar nicht bei mir, sondern er war ein Specimen. Und hat gesagt, er hat die Leiche nicht gesehen. Ich war im Labor auf dem Weg zu Specimen. Dann kamst du, bist vorbeigelaufen. Dann kam instant der Report und hast gesagt, Trimax hat Romatra umgebracht. Lügen kann ich. Mein ganzes Leben lang hab ich gelogen. Nein, Alter, diese Sabotieren, das ist aber auch wirklich nervig, ne? Ja, Bro, Trimax kriegt aber auch nichts gerafft, ne? Ich kann es halt die ganze Zeit nur sabotieren. Laboratory ist gerade keiner, oder? Irgendeine Aufgabe fehlt noch. Irgendeine Aufgabe fehlt noch. Oh, Leute. Ich hab's einfach umgebracht. Ich kam direkt unter der Ecke. Ja, wir wollten ja sowieso Try. Ja, wir hätten es auch schon vorher... Trimax hat gesagt... Du hast gesagt, es war Trimax. Da konnten wir keinem glauben. Ich hatte schon wieder Revi als Mate. Bro, aber ich hab im Gegensatz zu dir zwei Kills gemacht, Alter. Max, Digga, du hast wieder nichts... Du läufst da rum wie so ein Idiot, Alter. Mit gezücktem Messerschreiß, ich bin Imposter. Ich hab's wieder geschafft. Tut mir leid. Chat, ich bin ein schlechter Imposter, wirklich. Ich hab nur kurz gedrückt, weil... Ich war von der verschlossenen Tür. Revi ist hinterhergelaufen. Und dann hab ich gesagt, ich drück schnell, bevor er mich tötet. Ja, Bro, dann hätte ich doch durchziehen können, oder? Ähm, nicht. Es sah so aus, als ob Revi mich töten wollte. Deshalb renne ich aber auch nach unten, Bro, weißt du? Ich verdächtige dich auch nicht. Ich sag nur, es war eine Situation, wo ich einfach nur schnell den Knopf drücken wollte, okay? Ich will auch manchmal schnell den Knopf drücken. Und ich hätte jetzt selber Emergency gedrückt. Ja, einfach skippen, einfach skippen. Ist ja noch niemand geschoben. Aber haltet Revi im Auge, haltet Revi im Auge. Haltet mich besonders im Auge. Oh, Revi ist viel zu ruhig gerade. Der ist nicht so aus am Rat zu tun. Ich glaub auch, ich glaub auch. Ey, das stimmt, Simon, das stimmt. Immer noch keiner Tod. Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab grad gesehen, dass Micky eine Tür zugemacht hat. Was? Das kann man, glaub ich nicht. Das kannst du nicht sehen. Ich wollte nur safen. Ja, aber die Türen kann man auch am einen eines Ranges aufmachen. Das sagt gar nichts. Ich werde jetzt als Imposter keinen umbringen. Ich werde als Imposter jetzt keinen umbringen, okay? Nächste Runde, nicht diese, ne? Chat, ich werde keinen töten. Mord ist unnötig, versteht ihr? Ich hab Romatra gesehen. Ich hab unten eine Aufgabe gemacht. Immer diesen selben Play am Anfang. Ja, die Türen zu, ne? Immer, immer, immer Romatra. Das ist ein smarter Play und das ist Romatras. Lass ihn voten. Lass mit ihm. Digga, dass ihr einfach, dass ihr einfach, dass ihr, dass ihr ein Pattern bei Romatra erkennt. Links bei Rektor waren, Veni hab ich gesehen, Trimax, Unge und Micky, glaub ich. Basically waren wir eigentlich alle Links. Also, ich hab nur Revins halt nicht da gesehen. Ich war, Digga, Lava doch nicht, ich hab dich doch gerade gesehen. Romatra, äh, äh, will ich dich gar nicht verteidigen? Da willst du gar nichts sagen? Ne, was soll ich sagen, ich hab's halt besch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hätt's niemals gedacht. Er hat sich über die Sabotage verraten. Mieb mir einfach auf, ey. Ich sag's euch, es macht mich auch so sauer, mit Revi im Poster zu sein. Oh mein Gott. Was? Was redest du? Was? WTF? Es könnte aber auch ein 500 IQ-Move sein, dass er extra Revi schuldig ist. Das ist vielleicht gar nicht Revi. Ja. Rewi hat auch gesagt, er ist auch in Reaktor. Revi war da gerade. Oh mein Gott. Vor den Augen von jemand anderem bringe ich jemanden um. Hier liegt ein toter Miki. Wo liegt ein toter Miki? Unge Veni. Unge Veni war ein Elektrical. Ich war Reaktor, Trimax macht seinen Pass. Ich war gerade vor der Tür vor Elektrical. Ich war gerade vor der Tür vor Elektrical und wollte Sch*** Reaktor fixen. Das ist alles falsch. Revi ist mir eine Minute lange hinterher gerannt. Aber weil ich viel besser um die Kurven komme. Weil ich nicht um die Kurven komme. Das ist so ein Framing hier. Das ist so ein Framing, Digga. Ihr würdet mich nicht voten. Ihr würdet mich nicht voten, wenn Romatra jetzt nicht irgendwas gesagt hätte, Alter. Das ist halt der Abfuck. Ich muss eine Sache sagen. Ich muss eine Sache sagen. Das ist so ein dummer Move von Romatra, Alter. Romatra war echt fies. Das ist so ein Assi-Move, Alter. Ich habe drei Kills gemacht, ohne dass es jemand gecheckt hat. Romatra hat es einfach nur geleakt. Sonst wäre jetzt nichts passiert. Das ist so asozial, Digga. Romatra, du spielst einfach nicht mehr mit. Fertig. Ohne Scheiß. Ich dachte, ich bin schlecht. Aber Rewi, was hast du? Bro, ich spiel einfach nicht mehr mit, wenn Romatra dabei ist. Wirklich, Alter.